Ich heiße Madeleine Kohl, ich komme aus Südtirol und ich studiere an der Andraschi-Universität in Budapest. Ich bin Philipp Siegert, komme aus Deutschland und studiere an der Andraschi-Universität in Budapest. Ich heiße Charles Hill, ich komme aus Uzbekistan und studiere an der Andraschi-Universität in Budapest. Ich bin Mirjana, ich komme aus Kroatien und ich studiere an der Andraschi-Universität in Budapest. Die Uni ist sehr klein, jeder kennt sich und es herrscht eine freundliche Atmosphäre und das ist das, was ich an meiner früheren Uni vermisst habe. Wir haben gerade in den kleinen Kursen natürlich die Möglichkeit, von der akademischen Leistungsfähigkeit der Dozenten mehr zu profitieren, als es in einer Veranstaltung mit 100, 200, 300 Hörern überhaupt möglich wäre. Klein, aber fein, familiär, sehr schöne Räumlichkeiten, das Gebäude ist einfach an sich selbst sehr schuld. Man kommt einfach gerne auf diese Uni, also man freut sich auf die Vorlesungen, man freut sich die Leute wieder zu treffen, man freut sich den Dozenten zuzuhören. Die Andraschi-Uni ist eine deutschsprachige Universität, gebaut auf Tradition. Wir machen unsere Studenten fit für Europa, wie das in unserem Slogan heißt. Das internationale Milieu der Universität und der europäische Aspekt machen unsere Universität einmalig. Das internationale Milieu der Universität und der europäische Aspekt machen unsere Universität. Das internationale Milieu der Universität und der幢 выс